Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Wir haben in der letzten Folge den Hafen von Ballyon erfolgreich verteidigt. Wir durften nicht sterben, haben wir auch geschafft. Wir haben hier unsere Heiltränke genutzt, die doch ein bisschen mehr Trefferpunkte zurückgeben. Wir werden aber im regulären Spiel dann natürlich versuchen, die ganz normalen Heiltränke wiederzunehmen. So was haben wir hier, Thron des Chaos. In Wyrne ist ein gigantisches Chaosportal erschienen. Die Kommandanten der Legion werden von Minute zu Minute stärker zerstören das Chaosportal und verhindern den Untergang wert. In diesem Dungeon ist keine versetzte Auferstehung möglich. Wir gucken uns das einmal an. und schauen, was auf uns zukommt. Jetzt, da die Barriere fort ist, hat die Aura das Chaos begonnen, das Land Südwehren zu verderben. Ja, das Ganze müssen wir natürlich irgendwie aufhalten. Und Thron des Chaos ist auf jeden Fall schon ein sehr passender Name. Wenn wir diesen Thron in Anführungszeichen nämlich zerstören, dann halten wir auch eben diese Verderbnis auf, die hier über Südwehren zu kommen scheint. Können wir nur hoffen, dass sich das nicht auf dem Nordwehren auch noch ausbreitet. Das nenne ich mal Truppen. Analysiert die Lage auf dem Schlachtfeld. In Ordnung. So, wo müssen wir hin? Wir müssen auch sprechen. Alles klar. Ein historischer Tag für das Luftschiff. Der Regulator ist bereit. Es ist zwar noch ein Prototyp, doch das Luftschiff ist nun leistungsfähiger. Ich werde dich unterstützen, Inspektor. Okay, ich steige vom Luftschiff zur Erde hinab. Es ist doch schlimmer, die Dämonen direkt vor sich zu sehen. Alleine können wir für den Ausgang der Schlacht nicht garantieren. Das haben wir alles dir zu verdanken. Dank deiner Reise können wir vereint kämpfen. Sie wollen nun Chaosportal in ganz Wehren verankern. Wenn wir den Keil nicht zerstören können, der die Chaosportale offen hält, können wir den Ansturm der Dämonen nicht aufhalten. Dann findet sich ganz Arkesia erneut in einem schrecklichen Krieg wieder. Bitte hilf mir, dann helfe ich dir ebenfalls. Natürlich helfen wir. Dafür sind wir ja da. Meine Ritter. Eine große Dunkelheit hat unser Land ergriffen. Aber wenn es am dunkelsten ist, werden Sonne und Mond werden nie untergehen. Und wir werden nicht aufhören zu leuchten, bis die Dunkelheit vernichtet ist. Sonnenritter, macht euch bereit! Wer seid ihr? Wir sind ganz schwer! Mondritter, die Schilder hoch! Unser Schild! Hörmer! Vorwärts, meine Ritter! Ja dann wollen wir mal. und wir mittendrin leute wir mittendrin ok ich schalte die drohenden limonen aus was haben wir denn hier warum auch immer die sammelsachen fürs handwerk hatten wir irgendwie angesteuert wir haben ja alles kurz und klein uns erst mal um die etwas größeren gegner hier dann können wir uns immer noch um die kleinen gruppierungen kümmern jo schön der haupt wieder ab ja ja auch da sehr schön so ein bisschen um die kleinen kümmern da oben können noch mal richtig schön reinhauen gerade unterbricht auch nicht gerade so jetzt geht es eigentlich nur noch um die kleinen gegner immer darauf achten was der auftrag haben wir natürlich auch noch viel länger weiter kämpfen aber was man ja so viel prozent so werden es geschafft rücke durch den keil des chaos vor dass wir immer die trocken hinter uns der rache oder lindwurm verfolgt uns die ganze zeit systemprüfung abgeschlossen startbereit lasst uns anfangen magie antrieb wird aktiviert sperre wird deaktiviert entsende große läufer ok sehr cool kriegen wir auch ein steht direkt beim inspektor treibt uns etwa an hier tatsächlich ok lenke den großen läufer ja cool mal was können wir hier so machen die kanone wir müssen das riesige kraft von alter störe zerstöre das erste chaos portal und das zweite ist ja gut leute ist ja gut ist ja gut ist ja gut auch gar nicht so den schaden rein hier die verbündeten können nicht vorrücken wir machen den weg frei hier den weg für die verbündeten kräfte kein problem ja gelockt einfach durch warum auch nicht so das sind auch noch ein paar chaos portale ok das haben wir auch geschafft sehr schön richtig coole dinge warum hatten wir die nicht von anfang an ok ich glaube wir müssen zu fuß weiter schließlich bald vorhanden der wartet auf uns da ist er jetzt da die bombe schaffe ist müssen wir sie nur zünden bald wird der weg durch das portal geöffnet sein vertrauen einfach und folge mir machen wir das mal die erste vorhut hier vorgehen soll die sonne kämpfen ok fangen wir mal an da kommt er erst alles klar so den ersten haben wir leute die brecher haben auch mal direkt rein da waren nichts weiter als nummern vorrücken besiege die dämonen bestie des verderbens da ist er alle noch Ich würde mich fangen. und so lange sich nicht umdreht ist super okay wir sind trotzdem von dunkelheit getroffen aber ist auch nicht so gut wir sehen ja wo wir so wir haben die letzte stunde ein hat geschlagen die mal zwischendurch so ein bisschen nutzen damit wir auch volle gesundheit kommen stell dich vor das blockierte portal gut überlasst das uns dann überlasse ich dir das portal na gut das portal wir geben rückendeckung schnell rein da geht zum nächsten hebel ja 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 so das ist der nächste hebel und dann müsste es dass die rube zumindest erst mal gewesen sein dass wir bald vor gute arbeit worauf wartest du noch auf zum angriff sehr gut so wir wollen mitmachen wartet auf uns unsere jagd so so Oh Okay, 61% haben wir. So, wo lohnt sich das nochmal? Hier lohnt sich das nochmal reinzugehen. Zack, zack, zack. Soll ich hin? Haben Sie Hoffnung, dort um die Verräumte? Okay, ich glaube, da müssen wir mitmischen. Hier laufen wir dran vorbei. Interessiert uns gar nicht. Ja, wir kommen schon zur Hilfe, keine Sorge. Die verdammte Gefolge verbreitet sich. Okay, jetzt müssen wir kämpfen. Kein Weg dran vorbei. Glaubenssatz 2 Glaubenssatz 3 prozent haben wir hier wartet auch noch ein ding gebrochen auf uns wir gehen auch ausgestattet bekommen heute ist er sehr schön dass du noch der einige ja wir kommen ja schon kommen schon zu hilfe keine sorge sehr cool zurück erneut durch den keil des chaos vor haben wir es geschafft ab hier kümmern wir uns um den rest da ist er ja endlich habe ich schon gefragt wo er bleibt ihr stolzen ritter von luthera hebt eure ehrenhaften schwerter und vernichtet den feind ritter übernehmen die führung ritter lutheras verteidigt den königsritter ok dann mischen wir natürlich auch wieder mit ok leute den endkampf machen wir in der nächsten folge schaltet gerne wieder ein wenn es weitergeht bis dahin